Hallo Vicky, das ist ein Anschlussvideo, bei dem es um die Frage geht, wie kann ich eigentlich solche Entlüfter oder Gurkenglasöffner testen, ohne dass ich verschiedenste Gläser neu aufbrechen muss. Wir haben im letzten Video gezeigt, wie wir mit so einem Vakuumbehälter arbeiten können. Die Frage ist aber, was mache ich mit so einem Gurkenglas? Das ist so groß, dass es hier einfach nicht reinpasst. Wir haben zwei Lösungen in dem Video für dich. Das eine ist, also für dich, wenn du aus der Technikberatung kommst, für alle anderen ist es wurscht. Das ist so ein Gurkenglasabsauger, den mache ich auf den Deckel drauf, schalte dann die Pumpe an. Ich schaue hier, dass ich bei minus 0,6, minus 0,8 bar bin. Du siehst, das geht auch deutlich schneller als mit der letzten Vakuumpumpe. Und so kann ich jetzt das Vakuum reinlassen und das Glas aufmachen. Das ist die eine Möglichkeit. Die versprochene zweite ist einfach ein größerer Behälter. Dann mache ich das Glas rein, also kein Vakuum. Ich gehe dann hier oben auf Seal, auf Verschließen. Open ist, dass Luft reinkommt. Der hält hier auch ganz locker. Das ist nur das innere Rückschlagventil, nehme ich an. Stecke den Ansaugschlauch auf, mache den auf meine Unterdruckpumpe und schalte jetzt nochmal an. Das macht beängstigende Geräusche. Ist noch bisher noch nicht um die Ohren geflogen. Ich bin bei 0,6. Hier, falls du irgendwas sinnvollerweise vakuumieren möchtest, den Nupsi rauszuziehen, finde ich, geht relativ schwer. Drehenderweise geht das gut. Wenn du jetzt aber in die Richtung, Richtung Open drehst, dann geht schon ein bisschen Luft rein. Das heißt, ich drehe immer Richtung Versielen. Spielt für mich hier keine Rolle, weil ich jetzt direkt die Luft reinlasse. Ich habe jetzt aber wieder meinen vakuumierten Behälter und kann da die Luft reinmachen. Und so kann ich jetzt auch größere Gläser anbieten zum Test. Es geht ja darum, welche Gläser fallen uns Bürgerinnen und Bürgern schwer zu öffnen. Abschließend vielleicht noch, was ich das letzte Mal nicht gezeigt habe. Diese Punkte hier. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Aber wenn ich die aufsetze und das Vakuum drauf mache, finde ich, geht es schlechter als mit der anderen Pumpe. Und vor allem, wenn ich jetzt den Deckel abziehe, ich bin bei 0,6, dann reiße ich, na, ganz oft reiße ich den Deckel mit runter. Vorher effekt, jetzt hat es funktioniert. So, so steckt er dann drin. Das ist ein bisschen mühsam. Deshalb sind für mich diese Lösungen hier die geschickteren. Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr. Viel Freude damit.